Hallo, Servus. Ich bin heute auf der Ski-Biste in Kremper geliebt und ich bin heute schon beim ersten selberbauten Sprung. Habe ich vor ein paar Tagen für die Ski gebaut, aber da wäre ich jetzt ein paar Interessenten mit dem Radl. Viel Spaß. Das war's jetzt am Morgen. Also, da war es noch ein Radl.